Hallo Leute und Willkommen zurück bei Resident Evil Revolutions, dann lass uns doch mal wieder starten. Gehen wir nun wieder in unsere Story weiter rein und erleben das Ganze. Evil Revelations. Nein, wir sind auf der Queen Semiramis. Verdammt, ich hab kein Signal. Vielleicht kriegen wir sie wieder hin. Seid ihr zwei okay? Geschafft! Hier ist die Kacke am Dampf. Wir haben ein verdammtes Problem. Die Solar-Energy-Matrix wurde aktiviert. Satelliten, die Terra-Grisen zerstören. Boss! Hol sie uns hier raus! Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht. Mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, das wird ja sicherlich ein spannendes und packendes Finale. Wenn es das Finale ist, wir wissen es ja nicht. Kann ja noch viel weiter gehen. ob regenerulatet sein, wenn man das noch an einen noch zartigen lässt. Ich muss dir definitiv grandchildren gebrauben. Ich bin kein Problem direkt bei euch. Kris, people need to have to stretch. endet verdammt das ist der schlimmste tag meines lebens ja jetzt haben wir irgendein ziel komisch ihr jackass der chef hat mich informiert euch bleibt nur noch eins lenkt das zielsystem des satelliten ab und wie zum teufel tun wir das ich weiß alles über dieses schiff ich kriegs raus geht erst mal wieder rein ich melde mich bald wieder na gut gehen wir gucken wir mal ein bisschen zeit jetzt und dann haben wir also irgendwas ein bisschen suchen ein kraut ein kraut und rüben oh wieder ein kleines bisschen munition ja nun anscheinend es so als müssten wir uns die zeit hier irgendwie vertreiben man weiß nicht wie aber um sache angeblich vertreiben können wir den ausblick genießen von dem verlassenen etwas an schiff und mein car brauchen wir nicht haben wir nicht mg munitionspack kaputt ja toll auch sehr gut wir haben da hinten das auch noch ein ausgang auf einer seite sind wir hier gekommen von der ja nicht genommen ein paar schul haben sie ja zerstört genau wir stehen Irgendein Ziel, nö, immer noch kein Ziel. Nö, keins hier vorn. Okay, dann sind wir unterwegs zum Vordeck. Beallt euch lieber, Quint Ende. Okay. Zum Vordeck, na super. Mal gucken, wo kommen wir jetzt hier hin? Mal sehen, mal sehen, wo uns die Reise hinführt. Zum Vordeck auf jeden Fall. Hier waren wir noch nicht, vielleicht. Das ist wichtig. Okay, langer Gang schon mal. Was haben wir uns jetzt gerade? Nö, vor der Kanarierin, genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall irgendwas, was nicht schön ist. Irgendwas, was auf jeden Fall nicht passt. So, wieder ein bisschen Bingo spielen. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter. Ich bin ja, aber... Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. So, wieder ein bisschen Bingo spielen. Aber ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Aber ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Okay. Ah, für ne Waffe. Wieso? Ich möchte jetzt eigentlich... Die würde ich fallen lassen. Was wechseln wir? Hm. Ich glaube wir haben bei uns irgendwas. Das finden wird eine Weile dauern. Hätte ich wissen müssen. Ich komme später wieder. Hm. Lieber nicht wissen, was da passiert. Das ist unser... glaube ich doch definitiv ein besseres Ziel. Nicht zu wissen, was passiert. Fahrschul ist wieder... Warte, das wäre ja der Kaputte. Das heißt wir müssen die Strippenhaus nehmen. So. Da sind wir runter. Man... leider kann man hier nicht sprinten. Ja, ich verstehe. Ich werde alles versuchen um die Re... Ich muss weg. Wollt ihr mit Veltro sterben oder wollt ihr leben? Los zum Vordeck! Ich werde hier tun, was ich kann. Los zum Vordeck! Ich werde hier tun, was ich kann. Es ist Draymond. Woher weiß er, was wir vorhaben? Das ist echt eine gute Frage. Arbeitet der vielleicht zusammen mit einem? Schnellziel! Die Drone ist im Vordeck! Bewegen wir uns gerade richtig? Ah, hier unten lang und dann hoch. Hm. Das heißt wir müssen wieder ausmachen. Eieieiei! Kann man die eigentlich noch scannen? Nö. Die liegen da auch überall irgendwie... so ein bisschen wahllos rum. Ah ne ne? Also blind war ich doch gerade auch nicht. Irgendwie schon wieder unheimlich. Irgendwie schon wieder unheimlich. Aua! Lass mich nach... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube das war der richtige Weg hier einmal lang. Jawoll. Was wäre ich eigentlich schon geschafft zum Wollen. ... ... ... ... ... ... ... ... Ey, jetzt kommen die Viecher überall her. Das ist doch ehrlich, äh, nie normal. Äh, zum Vordeck. Ach du Scheiße. Lad nach, lad nach, lad nach. Keine Lust mehr auf dem mehr von dem. Diese kostet nur zu mir. Lade doch mal nach. Nachladen, nachladen. Alter Verwalter. Hoffentlich ist da irgendwas wichtiges. Drei Shotgun-Schüsse. Na super. Ja, Kraut und Rüben können wir gut gebrauchen. Na, das lassen wir jetzt. Da ist die Droh- Drei.